Dass solche Videos auf YouTube so erfolgreich sind, liegt auch daran, dass man so unterschiedliche Ästhetiken da findet und dass da auch ganz anders vielfach oder zum größten Teil erzählt wird, als man das so aus dem klassischen Fernsehen kennt. Und darüber, nämlich über neue Formen des Storytellings im Netz, möchten wir etwas hören, jetzt von Stefan Heckel, CEE Voice. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Völlig richtig, danke sehr. Danke für die Einladung auch. Stört das mit dem offenen Fenster eigentlich? Nein, aber vorher Supermusik. Ich habe es genossen. Okay, gut. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Ich versuche jetzt auch, in zehn Minuten uns kurz vorzustellen. Deswegen habe ich nur zehn Slides mitgebracht. Das muss kurz und knapp gehen irgendwie. Und versuche auch den Titel der Präsentation damit einzufangen. Nein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich rede in das Mikrofon, genau. Was wir eigentlich machen, man kennt uns in Österreich mittlerweile immer besser, aber vielleicht international noch besser. Uns gibt es in 34 Ländern. International seit 1994. In Österreich seit 2007. Ich habe es zu zweit gegründet. Wir werden heuer zehn Jahre alt. Wir feiern drei Tage lang, drei Tage wach, weil wir einfach jung sind und nicht schlafen und wir Millenials sind und das brauchen wir so. Die dunkelroten Flächen, das sind die Länder, wo wir tatsächlich Büros haben. Die schraffierten, man kann es sicher gut erkennen, sind die Länder, wo wir lineares Fernsehen anbieten, wo es noch kein On-Ground-Office gibt. Aber das wird sich vielleicht in dem einen oder anderen Land ändern. Was machen wir eigentlich? Wir sind so, wir beschreiben uns selber so als die siebenköpfige Hyäne. Wir machen so ein bisschen alles und nichts. Nein, wir machen natürlich alles und sehr viel. Wir sind Vice, die redaktionelle Marke Vice.com. Da stecken 15 Channels dahinter. Ich komme dann nachher noch ein bisschen im Detail dazu. Wir haben ein Aktivierungsnetzwerk, das heißt bei uns Vice Digital. Das hat angefangen als klassisches Display-Netzwerk, weil wir wissen, dass unsere Zielgruppe sieben bis zehn Webseiten pro Tag besucht. Wir können nicht zehn von zehn Webseiten sein, also wollen wir auf den anderen neun wenigstens unsere Werbung-Kampagne und teilweise auch Content-City stattfinden lassen. Vice Digital vergrößert unsere Netzwerke durch einen Faktor von zehn ungefähr pro Land. In Österreich erreichen wir damit jetzt 10,2 Millionen Uniques. Eine Million auf Vice.com für alle, die voll mitgerechnet haben. Das stimmt auch, komme ich nachher noch dazu. Wir sind eine Agentur, wir heißen Virtue. Vice ist der Laster und Virtue ist die Tugend. Wir sind auch sehr lustig in der Namensfindung natürlich. Wir sind in Wien jetzt 140 Leute, wir sitzen am Karlsplatz und die Agentur ist ein Teil davon. Das ist noch kein Teil davon in Österreich, sonst würden das wahrscheinlich alle wissen, die heute hier sitzen. Aber wir machen auch lineares Fernsehen. Jetzt kann man sich fragen, die jungen digitalen Wüden machen jetzt genau das, wo alle davonrennen. Kann man danach auch gerne darüber reden. Würde mich auch sehr freuen, weil wir sehen das ein bisschen anders. Wir wollen auch dort sein. Warum wollen wir dort sein? Weil wir finden, wir haben einen anderen Zugang zum Storytelling gefunden. Wenn wir das machen würden, was der Shane Smith 1994 angefangen hat, ein sehr punkiges, 16-seitiges Printmagazin, würde ich heute nicht hier stehen. Dann würde man das auch alles nicht haben und das wäre alles nicht hier. Ganz einfach. Wir haben uns aber dann immer gedacht, wir müssen plattformagnostisch sein. Es geht um gute Geschichten, es geht um das Erreichen von Menschen. Wir sind seit 1994 ein Gratis-Medium. Das Einzige, wo wir Geld nehmen müssen, wollen, ist Premium Pay TV bei Viceland. Das heißt, wir sind überall zu Hause. Wir sind auch auf YouTube, wir sind aber auch auf Facebook. Wir sind überall. Wir haben unsere eigenen Plattformen auch gebaut. Wir bewegen uns entlang, wenn man so will, der Customer, User Journey, wie man das immer mal nennen will, eines einzelnen Menschen von früh bis spät. Wir wollen nicht sagen, das ist die bessere Plattform, das ist die schlechtere Plattform. Wir wollen eigentlich per se mal basisdemokratisch mit allen Arbeiten und unsere eigenen Erfahrungen machen, um dann auch Teile wieder rückgängig zu machen. Wir versuchen ständig neue Distributionswege dazu zu addieren zu unseren Distributionswegen und wir wollen skalieren. Es geht im Endeffekt um Eyeballs. Wir wollen eigentlich unsere Reichweite erweitern. Ich glaube, das will jeder Publisher, wir sind ein Publisher, alles andere wäre ein bisschen sich in den Sack lügen. Wir sind eine Erfolgsgeschichte, zum Glück. Auch deswegen kann ich heute hier stehen, jetzt die österreichischen Zahlen. Wir erreichen jetzt in Österreich jeden 16. Wir können sicher durchzählen und es wird sicher so sein, dass jeder 16. uns vielleicht doch nicht kennt. Das liegt dann vielleicht auch am Altersschnitt, weil wir sind im Kern 20 bis 29. Wir sind ein Millennial Medium und wir erreichen dafür dann jeden Sechsten in Österreich. Wir haben eine gute Twiletime, ungefähr fünf Minuten. Die haben wir, und so ehrlich sind wir auch, 50% von unserem Traffic generieren wir über Social Media. Da gehört dann auch YouTube dazu, da gehört dann auch Facebook dazu. Wir wissen, dass der klassische World Traffic ist, ja, weiß ich nicht, Startzeiten, wer das noch macht. Ehe, gibt es eh noch, aber es wird weniger. Das heißt, wir verwenden das ganz klar auch als Traffic-Generatoren, was auch ein Grund ist, warum wir auf all diesen Plattformen mit unterschiedlichen Content-Angeboten vertreten sind eigentlich. Wie funktioniert das bei uns? Ich habe vorher schon gesagt, wir haben mehrere Channels, im Kern ist bei uns Vice.com. Das ist so der eiligende Wollmilchsau, das ist die Einflugsschneiser für alle Themen. Wir haben im Endeffekt 15 Themen, denen wir uns mit eigenen Verticals, das sind digitale Channels, widmen. Da gehört Sport, Vice Sports, Noisy Musik und so weiter. Und dazu, bis hin zu Broadly, da widmen wir uns ausschließlich weiblichen Themen für die Frau, die von klassischen Medien ein bisschen zurückgelassen wird. ID, Fashion, Munchies, Essen und so weiter und so fort. Was wir machen ist, wir überlegen uns bei jedem gepublishten Artikel, welchen Kernschwerpunkt hat denn das noch? Was ist denn dann so der klassische Hashtag? Wenn der Action Bronson, der ein ehemaliger Koch ist, auf Munchies eine Foodshow hat, aber gleichzeitig ist er Rapper, weil das ist er auch. Und gleichzeitig ist er auf Tour, ist es offensichtlich passend für Munchies und für Noisy. Das heißt, wir filetieren dann auch die Content-Geschichten je nach Aufhänger. So hat Action Bronson ein Noisy-Format und ein Munchies-Format, das sich gegenseitig befruchtet. Wir verwenden dann den Google-Algorithmus, um die Verbindungen zwischen den Contents auch dort zu nutzen. Und das zieht sich über alles. Das sind nicht 15 Bullet-Points, das soll auch nur schematisch sein, weil wir haben ja... Ui, das zerlegt es ein bisschen, sehr leserlich. Ich prüfe das nachher, dass jeder lesen kann. Das ist unser Vice Digital Network. Das heißt, wir haben diese Verzehnfachung der Reichweite, wo wir Partner-Webseiten haben. Wir haben weltweit 600 Webseiten unter Vertrag. Da ist Highs No Byte dabei, wie das kleinste Blog in Österreich, wo es uns tatsächlich auf Reichweite innerhalb von unserer Zielgruppe zu dem Themengebiet Essen und Musik, bleiben wir beim Action Bronson und dann suchen wir uns die Partner-Seiten in Österreich, die uns dann helfen, diese Kampagne in Österreich zu skalieren. Und das Ganze funktioniert sowohl auf Aktivierungsseite, das heißt im Displayraum, als auch im klassischen Editorial-Bereich. Was wir natürlich versuchen zu vermeiden, ist, dass wir dasselbe Content-Asset auf sieben Plattformen einfach publishen. Das ist das Video. 2 Minuten 31 und wir publishen das jetzt siebenmal in derselben Zielgruppe. Das ist völlig sinnlos. Deswegen verstehen wir das eher so als Content-Campaigning. Wir versuchen, die eine Geschichte von Bronson in sieben einzelne Teile, die miteinander zusammenhängen, verteilen und verteilen sie dann über die Plattformen, sodass dann die eine die andere findet. Das klingt jetzt leichter, als es ist. Es funktioniert technisch auch nicht immer so, aber das ist eigentlich unser Ziel in Wahrheit. Das funktioniert dann zum Beispiel beim YouTube-Algorithmus natürlich am besten innerhalb der Plattform, kann man so offen sagen. Was wir eigentlich machen ist, wir haben heute die Presse aus dem rausgelassen. Nein, gestern. Gestern war Sonntag, dann am Freitag so ungefähr. Wir sind auch Snapchat-Discover-Partner für den deutschsprachigen Raum. Auch das schauen wir uns jetzt mal an. Da sind wir jetzt gemeinsam mit Bild und mit Stern und ich habe keine Ahnung, wer da noch alle ist. In Österreich und der Schweiz sind wir noch alleine. Ich glaube, da gibt es noch keine Discover-Partner für DACH. Wir sind Facebook-Entology-Partner, wir sind natürlich YouTube-Partner. Wir haben von diesen 15 Kanälen, die ich vorher erwähnt habe, jeweils einen YouTube.com-Kanal-Name. Ich habe mir das auch gestern angeschaut. Ich glaube, kumuliert haben wir 21 Millionen Subscriber. Das ist jetzt so okay viel. Könnte natürlich mehr sein. Auf der anderen Seite geht es uns jetzt nicht wirklich um die Subscriber-Reichweite per se, sondern wir wollen ja eigentlich Time spent with a brand. Ich schaue mir jetzt den Action-Bronzen auf YouTube an und kriege dann über die Recommendation-Engine ganz viele andere Videos von uns auch noch ausgespielt oder angezeigt. Darum geht es uns eigentlich. Apple Music, Tumblr, Twitter Amplify und was relativ Neues. Wir haben jetzt ein Gaming-Portal gelauncht. Das war Ende letzten Jahres. Waypoint heißt das. Gibt es noch nur englischsprachig und haben jetzt einen Twitch-Live-Channel, der jetzt gerade so noch klein ist, sagen wir mal so. Aber wir machen da jetzt auch Live-Broadcasting einmal am Tag und versuchen uns dort einmal mit Gaming-Talk-Radio zu positionieren. Sehr stark aus dem amerikanischen Markt. Das heißt, wir versuchen auch pro Distributionsweg eigene Formate zu kreieren, die durchaus aus dem selben Thema, aus derselben Geschichte kommen können. Was glauben wir? Warum machen wir das alles? Wir haben unsere Köpfe ein bisschen gegen die Wand gestoßen und versuchen das jeden Tag zu machen. Und wir haben uns angewöhnt, so Sachen ein bisschen anders zu deuten. Und mit Marketer meinen wir uns selber auch ruhig. Es geht ja heutzutage nicht mehr um die Marke, sondern um Vertrauen. Also speziell in unserer Zielgruppe. Man vertraut ja Marken nicht, Produkten nicht. Warum auch einem Publisher? Das wird immer schwieriger. Jetzt haben wir diesen George W. Bush verdaut und der Krieg war vorbei und war er doch nicht vorbei. Und die Türme sind runter und jetzt ist der andere Präsident und die Medien haben da irgendwie eine Rolle. Auch die Publisher gehen da nicht mehr raus. Wir glauben auch, dass es kein B2C und kein B2B gibt. Und das ist auch im Content, in der redaktionellen Landsprache wichtig, sondern es gibt nur eine Audience. Es gibt ein Publikum, so wie es hier sitzt. Das ist eine Ansammlung von Menschen unterschiedlicher Couleur und Alter, die alle wegen aus dem selben Grund hier sind und aus dem selben Grund sich einen Content anschaut und nicht, weil sie 19 bis 21 sind und aus Wien sind. Wir glauben, dass Millennials, und das streifen wir heute den ganzen Tag so ein bisschen, auch den Mainstream informieren. Im Sinn von, warum Apple so mit uns kommuniziert, hat sich nicht Steve Jobs überlegt, weil ihm jetzt Silber besser taugt, sondern natürlich, weil das auch in der jungen Zielgruppe gut funktioniert. Wie andere Marken sich inszenieren, wie andere Medienprodukte daherkommen, orientiert sich immer stärker an der Wort- und Bildsprache von den Leuten, die dann damals Facebook und YouTube groß gemacht haben. Junge Leute, die einfach zum Content-Publishing anfangen. Und plötzlich muss jedes Foto einen Filter und Lensfly haben. Wir glauben auch, dass es keinen Push and Pull gibt. Das ist auch der Grund, warum es auf allen Plattformen gibt. Man kann als Medien-Owner nicht mehr sagen, ich bin die beste Medienmarke der Welt und ihr kommt alle zu mir, sonst mag ich euch nicht. Sondern ich muss euch auch einsammeln und ich muss auch dort sein, wo ihr seid. Das heißt, es geht nur um Supply and Demand. Wir glauben auch, dass es keine Zielgruppe gibt, sondern die Audience, wie ich es vorher schon gesagt habe, eine Wertegemeinschaft. Wir glauben, und den Fehler haben wir am Anfang gemacht, ich hoffe, wir machen ihn sukzessive immer weniger oder schon gar nicht mehr. Man arbeitet mit Subkulturen zusammen, man arbeitet mit Zielgruppen zusammen und man holt sich aus der Zielgruppe mehr raus, als man er zurückgibt. Das heißt, man lasst dann den Protagonisten, den Graffiti-Artist, den Musiker zurück mit, du warst jetzt dabei, du hast Geld bekommen und jetzt bist wieder nicht mehr so mein Freund hinzu. Wir entwickeln jetzt eigentlich eine Partnerschaft. Wir gemeinsam kommen zu einer kulturellen Aussage, die wirst du allein nicht machen können, wir alleine auch nicht, aber gemeinsam sind wir mehr. Und es bleibt was zurück, wo dann deine Fans, unsere Fans sagen so, das war echt gut. Das ist eine schwierige Übung, speziell für Marken. Ich rede jetzt ein bisschen gegen mein Geschäft, was Kunden betrifft. Was wir auch gelernt haben, ist, als erstes kommt die Geschichte, egal welche Plattform und dann kommt der Channel und dann kommt die Ausspielung. Wir sind nicht so groß geworden und nicht erfolgreich, wenn wir sagen, wir wollen jetzt eigentlich ein digitaler Vermarkter sein, Punkt aus Beistrich. Wir wollen ein Bezahlmodell, wir wollen eigentlich nur noch Bewegtbild. Das ist alles nicht zielführend. Wir müssen schauen, dass wir in unterschiedlichen Formaten, in Längen, in bewegtbildstatischen Inhalten de facto überall stattfinden können und dass die Geschichte gut ist, wie der Action Bronson zum Beispiel. Und wir versuchen dann, Leute tatsächlich als Charakter zu verwenden. Nicht zu diesem distanzierten Journalismus mit Anchorman und was weiß ich nicht alles, sondern Teil der Geschichte sein, Teil des Storytellings zu sein. Auch das ist eine schwierige Übung. Aber wir haben es jetzt gelernt, es geht nicht anders. Was wir auch sehen, und das ist so zwischen den Zeiten, glaube ich, heute schon den ganzen Tag ein Thema, Hidden Agenda versus einen echten Werteaustausch. Hidden Agenda im Sinn von, ist das jetzt Werbung, ist es nicht Werbung, ist es Scheinwerbung, ist es jetzt echter Journalismus, ist es so ein bisschen gekauft, ist es vielleicht sogar Fake News, ich habe keine Ahnung. Riesenthema. Jeder Absender von Content hat natürlich ein Ziel. Das Ziel ist, ich habe Fame in meinem Freundeskreis, das Ziel ist, ich werde groß, ich verdiene Geld, oder das ist mein Job, was auch immer das Ziel ist. Oder ich möchte eine Revolution starten, oder ein Movement, oder einen Konterpunkt im Meinungsdiskurs setzen. Und der Punkt ist, das muss man von Anfang an klar kommunizieren, das muss von Anfang an klipp und klar sein, und es muss zu einem Werteaustausch kommen, weil in unserem Business, und wir sind jetzt Gratis-Publisher, ist eigentlich, der Werteaustausch ist die Aufmerksamkeit. Wir sind schon dankbar, wenn uns die Leute zuhören. Wir haben es vorher gehört, 300 Stunden in der Minute. Ich habe eine andere Studie gelesen, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich habe gehört, dass knapp 90% des YouTube-Contents hat weniger als 100 Views in der Größenordnung. Also im Sinn von, dass man durch die Flut des Contents hervorsticht, da muss das Storytelling gut sein, natürlich die Engine dahinter. Und das geht nicht, wenn man die Leute ein bisschen für blöd verkauft. Und das Ganze ist eine Reise. Ich glaube auch deswegen sind wir heute hier, wenn ich das richtig verstehe. Das ist jetzt eine erste Informationsveranstaltung zu diesem gesamten Thema. Wir begreifen uns selber als wir sind auf der Reise. Wir sind auf der Reise seit 13 Jahren, global, seit 13 Jahren, seit 94. Ich kann sehr gut rechnen. Seit 10 Jahren in Österreich und wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Wir wollen in Österreich bis hin ins klassisch-lineare Fernsehen. Und damit bin ich jetzt auch schon am Ende. Warum wollen wir dorthin? Wir glauben, dass die Diskussion der Zielgruppe ist nicht der Fehler vom Fernsehen per se. Das ist wahrscheinlich eher ein Problem der Programmierung. Und es ist eher ein Problem, dass man Sehgewohnheiten und Wort- und Bildsprachen nicht mehr so bedient, wie man es vielleicht mittlerweile aus YouTube, Facebook oder anderen kennt. Und wahrscheinlich zahlt es sich mal aus, sich solche Fragen zu stellen. Und damit meine ich jetzt nicht einen Angriff auf Public Service oder Privat oder sonst irgendwas, sondern einfach als Grundaussage. Weil umgeachtet dessen wissen wir in unserer Zielgruppe, dass dieses im Wohnzimmer sich einfinden ist ein Riesen-Case. Ich habe gehört oder gelesen, dass 64% der Österreicher, quer durch alle Zielgruppen, sind um 21.07 Uhr von Montag bis Freitag vor dem Fernseher. Montag bis Sonnestag, Freitag nicht. Im Schnitt. Ob Sie dort Netflix schauen oder sonst irgendwas, wurscht. Aber das Habit, dort sitzen große Scheibe, ist ein Habit. Und wir wollen im Endeffekt dorthin. Das ist die kurze Antwort aufs Fernsehen. Und damit bin ich auch schon fertig. Und freue mich dann auf eine spannende Diskussion. Dankeschön, Stefan Heckel.